So und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas, wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und wir haben einen Anruf. Gut. Ich glaub, Kennen geht's gar nicht so gut. Aber, naja, muss man jetzt durch. Also muss er jetzt durch. Wir müssen uns ja antun. Weiß man nicht, warum Paul jetzt der Buchhalter sein sollte und Ken, der Produzent. Ich glaub, Ken ist einfach gerade in der Existenzkrise und weiß gerade nicht, was abgeht. Hey, kein Problem. Wir gehen zur nächsten Carl Johns Mission. Du Mank mongrel. Oh, sorry. Du solltest nicht die Geck in der ersten Zeit schocken. Remember, was passiert in Hamburg? Das Gruppie liebte es. Das war nicht ein Gruppie, das war ein Roadie. Aber sie hatte großartige Tits. Mann Tits. Sie waren Mann Tits. Das war nicht so gut. 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 Ich kann nicht so gut für die Verbrechen, okay? Komm, wir halten zusammen, Mann. Wir können nicht mit dem Fluss. Das war nicht so gut für dich. Ich dachte, ich würde niemals überlaufen. Was ist das? Was ist das? Torino! Das ist du? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Torino? Listen, du musst eine letzte Strecke für mich. Hold auf, Mann. Hold auf, Mann. One second. Communists at the gate, Carl. Ich bin zufrieden, Torino. Ich bin draußen. 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 Ich muss raus. Du hast das? Kino. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Dir. Ich bin draußen. Du hast das schon nachgefasst? Du hast das schon? Du hast das nicht sein, Mann? Du hast das nicht? Dann schauen wir zu Hause більig. Ich bin draußen. Ihr kam auch. Ja. Das ist unimportz Ender. Ich zeig dir auch. Musst du in. Hey, Torino fährt mal. Cool. Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob on a bologna sandwich. Oh, Gott. Wir müssen auf dem Schiff landen. Ich weiß doch schon, welches Schiff das ist. Das ist doch hier... Genau. Das ist hier mein vier-Sterne-Schiff. Vier-Sterne-Schiff. Okay, Kontrollraum suchen. Okay, und Wachen nicht alarmieren. Das ist sehr wichtig. Das ist sogar sehr, sehr wichtig. Oh Gott. Okay. Warum hat mich der Mechaniker entdeckt? Ist das ja blöd? Ich glaube, es hackt. Äh... Was haben wir denn hier? Warte mal. Ne, das ist über uns. Die Markierung ist über uns. Das sind, glaube ich, Personen hier in der Nähe. Ja... Ja... Sein soll. Eigentlich... Ja... Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte das gehen. Was macht ihr da? Ja... Ja... Fächer. Der Mechaniker hat mich entdeckt. Mich kann Mechaniker entdeckt. Bist du... Bist du blöd? Hat mich kein Mechaniker entdeckt. Bullshit. Na... Bullshit. So, klau den Jet. Da hat uns nichts hier entdeckt. Der Mechaniker haben wir ja getötet. Ich glaube, es hackt. Na... Ich bezweifle einfach mal, dass uns der Mechaniker da entdeckt hat. Da war einen der Militärjets. So... Höchstens könnten die sich noch gegenseitig sehen. Aber... Wenn wir da jetzt einfach sagen, hier... Äh... Ich... Hau... Den so um... Ist das glaube ich okay. Dann... Dann meckert da auch niemand. Und... Weiß weiterhin nicht... Wie ich das beim letzten Mal gemacht hab. Ähm... Oh... Oh... What? Oh... Oh... und du auch noch ist irgendwo noch einer da habe ich ihn so, der müsste gleich auch hinüber sein und zwar ebenfalls, ja wollte ich gerade sagen, kriegt er jetzt eine schöne Runde erstmal was ein Anzeichen dafür sein kann, dass er halt gleich hinüber ist und das stimmte auch so oh, das bewegt so auf komm komm her mein lieber das war es mit ihm und jetzt müssen wir die Spionage Schiffe zerstören in Schwebeposition ich glaube wir sind ein bisschen zu hoch na na sehr schön geht doch dennoch bezweifle ich, dass es wirklich Spionage Schiffe sind ich weiß zwar nicht was Turino davor hat ich bin doch trotzdem sehr weit hergegriffen ja Gott 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 kkkk 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 was auch immer das gerade war Das war nicht cool Auf einmal ändern wir wieder die Richtung Von schweben zu Ja Lüsen Aber auf die landebahn damit Dann können wir es dort wenigstens hinstellen Und natürlich weiß Torino von nichts Natürlich Aber gut Stellen wir es hier ab Natürlich Natürlich Als wäre es ja nicht schon schwer genug Wenn wir es jetzt auch noch zum Hangar bringen Gehört jetzt uns oder wie Ja die Hydra wird nun immer in diesem Hangar verfügbar sein Ja mit der Hydra hätten wir auch die Burgerwehr Mission machen können Aber es geht ja einfacher Es geht ja viel viel einfacher Und das ist das Gute daran Ja Wie es weiter geht Sehen wir dann in der nächsten Folge von GTA San Andreas Danke fürs Zusehen Wir sehen uns Bis dann Haut rein Und tschüss Bis dann Bis dann